Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja! Ja, Mann! Los durchfeuert! Weil das jetzt da entdeilt es hier in den Ring! Ja, in der Berthin! Auf geht's! Herr, Mann! 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 Der Pettel ist in diese Kette! Der Pettel ist in diesem Jahr los! Ja, bitte! Der Pettel ist in dieser Kette! Der Pettel ist in dieser Kette! Schöne! Schöne! Danke, Gabi! Danke, Gabi! Läge wieder! Bitte, Eva! Emma, lass! Mähre! Danke. Ah, ich hab's nicht gesagt. Ja, okay. Du weißt, ich hab's nicht gesehen. Hilfaaammt! Scheiße! Hilfaaammt! 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 Er was, er war, er war. Er war, er war, er war. Wir haben mich über den Haus. Er war, er war. Er war, er war. Die waren alle, 16 Minuten, 16 Minuten, 16 Minuten. Die Kette nicht als Wasser benutzt, als ich die Postfläge. Die Kette nicht als Wasser benutzt, als ich die Postfläge. Die Kette nicht als Wasser benutzt, als ich die Postfläge. Die Kette nicht als Wasser benutzt, als ich die Postfläge. Die Kette nicht als Wasser benutzt, als ich die Postfläge. Die Kette nicht als Wasser benutzt, als ich die Postfläge. Die Kette nicht als Wasser benutzt, als ich die Postfläge. Die Kette nicht als Wasser benutzt, als ich die Postfläge. Die Kette nicht als Wasser benutzt, als ich die Postfläge. Die Kette nicht als Wasser benutzt, als ich die Postfläge. Die Kette nicht als Wasser benutzt, als ich die Postfläge. Die Kette nicht als Wasser benutzt, als ich die Postfläge. Die Kette nicht als Wasser benutzt, als ich die Postfläge. Die Kette nicht als Wasser benutzt, als ich die Postfläge. Die Kette nicht als Wasser benutzt, als ich die Postfläge. Ja, der war schon wieder schöner, halt. Hätten wir die 120 geführt. Und der Rappen, die Rappen, die Krim über 120. Der Spieler, der Schilmetsch, Mester Föhr! Die Spindle! Und fünf Minuten spät, Alter! Ich glaub, der kommt da an, so oder so. Mester Föhr! Der Schilmetsch den 7. Gang gewonnen. Und der Trobe, die Müll sind der Trobe. Mester Föhr! Rotfuch, 6.ii Rausch! Mester Föhr! Wir müssen ihn laden, wenn ich so kann, was er in ihm war. Hast du ein Komplex mit dem Mund gemacht? Das muss ich mir sehen. B.S.E. Sprichensstöler E.S. Das ist eine Aufforderung, wenn Sie nicht schätzen darf. Nein, wie war Straßenkampf gegen den Muskelmann aus Lübben.